in diesem video zeige ich dir wie du auf der werbeplattform besucherwechsel deine seiten installieren kannst das heißt wenn du einen blog hast eine webseite hast wie du die hier gratis einbinden kannst und wie du werbung buchen kannst werbung schalten kannst wenn du dich in deinen account eingeloggt hast dann kommst du auf diese oberfläche dann scrollst du hier runter und gehst hier auf seitenverwaltung hier drauf klicken dann sieht man hier sie haben null seiten von 40 seiten eingetragen das heißt man kann hier bis zu 40 unterschiedliche webseiten inklusive landing page eintragen das ist gigantisch gratis kostet nichts ok hier neue seite eintragen und hier jetzt die url eingeben beginnend mit http ich mache das jetzt mal für meine seiten und einige meiner seiten www.diebestenwerbeplattformen.com seite aktivieren ja hat diese seite erotik inhalte nein öffnen sich fenster beim betreten verlassen der seite pop ups usw nein lasse ich auch so das war schon und hier jetzt einfach auf seite eintragen gehen die seite wurde eingetragen nach erfolgreicher überprüfung wird die seite freigeschaltet das heißt der admin prüft es jetzt logischerweise und gibt sie dann wieder frei dann hier wieder auf zurück und sagt hier noch einmal neue seite eintragen und gebe hier dann die nächste seite ein geld verdienen am pc.org ok hier wieder die gleichen fragen das lasse ich alles wieder gleich und hier ganz einfach wieder auf seite eintragen die seite wurde eingetragen nach erfolgreicher überprüfung wird die seite freigeschaltet ok nochmal zurück und jetzt trage ich eine landing page ein gebe hier wieder auf hddb logischerweise und gebe hier dann jetzt meine landing page ein die kopiere ich mir jetzt aber dazu gehe ich zu meinen autoresponder dann gehe ich hier hin suche mir einen dementsprechend link aus kopiere mit diesem link kopiere wieder zurück auf die seite kopiere mir jetzt diesen link hinein das ist natürlich ein mein eigener link meine eigene landing page wenn du ein eigenes programm hast oder von irgendeiner plattform einen link hast von einer landing page dann diesen bitte verwenden und diesen ganz einfach hier nicht gekürzt nicht gekürzt nicht gekürzt nicht gekürzt einfach hier hinein kopieren also landing page diese nehmen was zur verfügung hast und denn hier dann ganz einfach hinein kopieren gleich behandeln wie eine seite ok hier jetzt wieder seite eintragen wieder das gleiche gehe noch einmal zurück und hier sehe ich jetzt insgesamt drei seiten eingetragen einmal zweimal zweimal dreimal also bis zu 40 seiten kann man hier eintragen und das ist wirklich einzig einzig einzigartig ok das wäre der eine punkt gewesen und dann hier jetzt auf werbung buchen klicke hier drauf und hier gibt es unterschiedliche möglichkeiten banner views banner click forst banner click und forst text click die preise sind natürlich unterschiedlich dazu hier sind die punkte banner views kosten euro oder dollar kann man hier aussuchen kann auf weiter dann sieht man hier 0,01 dollar das heißt 4000 klickpunkte kostet das ganze 10 dollar ich gehe noch einmal zurück jetzt geht es weiter für die werbung werbung schalten da gehe ich jetzt zuerst einmal auf werbung hier drauf klicken und hier sehe ich was die werbung kostet banner view kostet 5 punkte eine banner view banner click 10 punkte forst banner click 20 punkte und forst text click 25 punkte und hier das ganze dann entweder die punkte und hier dann entweder in euro oder in dollar das heißt wieder hier das gleiche banner view 0,001 euro für ein few banner click forst banner click text click und so weiter und hier das ganze dann in dollar so und die buchung nehmen sie im account login vor ich gehe jetzt jetzt hier auf werbung buchen und hier kann ich eben aussuchen punkte euro oder dollar gehe jetzt nochmal banner view banner click forst banner click forst text click ich nehme jetzt hier als erstes einmal banner view bleibe hier auf die punkte ich habe noch punkte ansonsten hier auf euro oder dollar gehen dann hier auf weiter das heißt ein klick kostet 5 punkte mindestens 1000 views muss man immer buchen kostet also dann 5000 punkte ok du bekommst ja bei der registrierung sofort 5000 punkte gutgeschrieben also somit hast du schon ein potenzial hier eine werbung zu schalten hier jetzt wieder die banner url hinein also den banner code das heißt wenn du auch eine plattform hast hast du wahrscheinlich auch einen banner code zur verfügung und diesen kopierst du dann jetzt hier hinein und hier unten kommt dann wieder die ziel url wo der user hingeführt werden soll landing page blog webseite was auch immer ok ich habe natürlich meine meinen eigenen banner dann hole ich mir jetzt auch den banner code ok ich habe hier meinen banner code den kopiere ich mir copy gehe wieder zurück auf die seite kopiere mit dem banner code hier hinein klick hier auf banner vorschau aktualisieren und ist bereits da wie du ohne risiko und ohne eigenkapital auch geld verdienen kannst ok und hier dann jetzt wieder die ziel url hinein für die webseite für die landing page was auch immer da nehme ich wieder die gleiche landing page wie vorhin die hole ich mir wieder von meinen autoresponder das ist dieser hier dann lasse ich den gleichen kopiere linkadresse gehe wieder zurück auf die seite und kopiere hier jetzt meine ziel url hinein paste ok und jetzt noch die anzahl der views da mache ich 1000 und jetzt gesamtkosten berechnen sind die 5000 punkte die verlinkung testen das heißt die verlinkung die ziel url mit dem banner dass das funktioniert das funktioniert das heißt der user wird jetzt auf die landing page weitergeführt und kann sich hier jetzt den namen eintragen und bekommt dann die informationen für das programm zugeschickt ich gehe wieder zurück und gehe hier jetzt einfach auf buchen das was diese buchen wurde unter der buchungsnummer bla 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 aufgenommen hier die buchungsnummer die buchungs id so das war's also so kann man werbung schalten und das gleiche dann natürlich ich gehe noch einmal zurück hier mit banner views banner click first banner click first text click das werde ich später noch machen ist im prinzip immer der gleiche vorgang also ganz kurz noch einmal wie du hier deine seiten einbinden kannst deine landing page einbinden kannst und wie du hier werbung schalten kannst das soll es jetzt schon wieder gewesen sein für dieses video den link für diese plattform findest du wie immer unter diesem video hatte das video gefallen dann freue ich mich natürlich über einen daumen nach oben wenn nicht ist es natürlich auch okay und wenn du immer am letzten stand sein willst na ab und einfach meinen youtube kanal dann bist du immer up to date also viel spaß viel viel erfolg